Wenn ihr dieses Jahr heiratet, dann ist dieses Video für euch. Denn ich bin gerade auf der Suche nach den spektakulärsten Parfumverpackungen. Diese Folge für euch mit einem Wedding-Special. Die Marke M. Mikalef ist ein absoluter Geheimtipp, wenn ihr auf eurer Hochzeit so riechen wollt wie niemand anderes. Ihr habt nur Vanilleparfums zu Hause und habt schon immer von einer Prinzessinnen-Hochzeit geträumt. Dann muss dieser Duft schnellstens in euren Warenkorb. Denn genau so stelle ich mir einen Vanilleduft vor, den eine Prinzessin früher getragen hätte. Er riecht total zeitlos und wenn klassische Musik einen Duft hätte, dann würde sie so riechen. Der nächste Duft riecht für mich wie diese kleinen Engel auf so einem königlichen Ölgemälde. Er riecht irgendwie wie so ein Clean-Duft aus einer anderen Zeit. Hat dabei aber so eine Leichtigkeit, die mich total an Engel oder Feen erinnert. Perfekte Mischung aus Clean und Glamourös. Der nächste Duft wird, glaube ich, den meisten von euch gefallen. Er riecht wie eine luxuriöse Version von Marc Jacobs Daisy. Also total feminin, blumig, süß und gleichzeitig super frisch und sauber. Wie ein weißer Blumengarten und ist deswegen für eine Hochzeit im Frühling oder Sommer perfekt geeignet. Und als letztes haben wir meinen Lieblingsduft. Gesehen davon, wie wunderschön er aussieht, riecht er auch einfach wirklich wie so ein tropisches Dessert mit kandiertem Ylang Ylang und Kokosnuss. Er ist super süß und nichts für schwache Nerven. Aber er ist einer der Düfte, für die ich die meisten Komplimente bekomme. Was ihn einfach zu dem perfekten Duft für eine glamouröse Hochzeit am Strand macht. Markiert eine Person, die dieses Jahr heiratet, in den Kommentaren. Dann ist er auch die Bitte, die Leute zu schenst. Wir sind ein Schüler öhnliche Öl. Ich bin ja nicht. Aber diese Zeit nicht.